Mein Name ist Hussein, ich bin 17 Jahre alt und mache die Ausbildung als Immobilienkaufmann bei der GEWO-Bag und bin jetzt im ersten Lehrjahr. Es haben natürlich alle die Probezeit bestanden. Vielen Dank. Hervorragend. Ich bin sehr happy. Ich bin der Gewohnen im Immobilienkaufmann, ja. Ich fühle mich jetzt auch schon so richtig als Arbeitnehmer. Viele erzählen mir in meinem Freundeskreis, dass sie eine Ausbildung haben, wo sie genau die Sachen machen, die kein anderer machen möchte. Wir versuchen hier genau die Sachen zu machen, die am interessantesten sind. Laminat haben wir hier. Damals in der siebten Klasse, Berlin Brauch dich kam zu uns, hat sich vorgestellt. Und in der Schule hat man erstmal kein Interesse, überhaupt nachzudenken, was man später machen will. Und viele haben es dann auch schwierig in der Schule, weil ihnen eingeredet wird, dass sie niemals was schaffen. Berlin Brauch Dich spielt in meiner jungen Karriere eine sehr, sehr große Rolle, weil durch Berlin Brauch Dich bin ich zu GEWO-Bag gekommen. Und GEWO-Bag ist jetzt das, was für mich Zukunft heißt. Durch Berlin Brauch Dich habe ich einen wunderschönen Ausbildungsplatz als Immobilienkaufmann bei der GEWO-Bag bekommen. Du kannst das auch schaffen. Ich dränge dich an, arbeite mit Berlin Brauch Dich und dann klappt es. Und dann schlägt euch auf Dich auf Dich. Du kannst ja auch damit, wenn es so nicht möglich ist. Und dann meine Zeit zu Recht schützieren, warum ich Crew, warte Sonnenbach und will, dass ein sehr vieles Momente翔 έχung nicht so ist. Ich drücke dich an, oder? Friday ist es bis zum nächsten Mal. Ich drücke dich an, oder? 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 Ich drücke, dich an.